Halli Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Northern Lights, das Survival Craft Game. Und jetzt muss ich erstmal gucken, in welchen Häuser ich schon war. Wie waren da, wie waren da und wie waren hier. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch hier hin. Gucken wir hier nochmal im Autofeuer rein. Da finden wir Schokoriegel und da hinten getrocknete Früchte nochmal. Das sind immer ganz kleine Gegenstände, finde ich hier auch ganz gut. Ich bin mal gespannt, was wir da oben in der Kirsche finden werden. Gibt es schon wieder Streichhölzer, ne? Alter, wie viel haben wir denn jetzt davon? Mein Gewicht wird immer mehr. Aber die stacken. Ah, bis zu vier stacken die und dann nimmt es nochmal einen extra Platz weg. Interessant, interessant. Vielleicht sollten wir doch mal eine Kiste bauen. Und da packen wir die ganze Scheiße rein und dann stellen wir die halt irgendwie auf der Insel hin. Und wenn man da vielleicht nochmal hin muss oder so, dann hat man halt nochmal Ressourcen dazu stehen. Was meint ihr? Das wäre auch eine Idee, oder? Huch. Oh, eine Kiste bauen. Hört gerade die Tür da ordentlich auf. Hallo? Bin ich jetzt hier verwacht? What the fuck? Wollt ihr nur gucken, ob da was drin ist? Ne. Gut. Also, hier geht es raus. Geht es auch raus. Ah, hier haben wir nochmal ein Zimmer. Aha, aha, aha. Aha, Papier. Stoff. Hier haben wir noch eine Brille, eine Brille, eine Sonnenbrille, die hatten wir noch nicht. Und in den Jeans ist zwar besser, aber halt nicht komplett, ne? Aber was bedeuten denn die ganzen Werte? Also, oben ist die Haltbarkeit. Die Schneeflocke, würde ich sagen, ist natürlich die Resistenz gegen Kälte. Und was ist das andere? Darunter? Sieht eher aus wie ein Schild, oder? Hm. Vielleicht so eine Art Rüstung. I don't know. Oh, hier haben wir noch ein Bad. Huch, was hängt denn da? Dusche. Antibiotika. Ja, haben wir schon zweimal. Hm, hm, hm. Oder Tür und Aufmacher, auch nochmal Stoff. Okay. Jo, dann würde ich sagen, laufen wir mal zur Kirche. 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 Gott. Ich spreche ja gerne Dinge immer ein bisschen komisch aus, ne? So wie, äh, Küche. Ist ja bei mir immer ein Ü. Küche. Küche ist ja auch ein Ü. Naja, bei mir hört sich das jedenfalls anders an. Fertisch. Kriegen wir jetzt hier endlich eine Waffe? Das wäre immer nice, oder? Hier ist noch so was drin. Schweinerei. Schwunderruh. Achso. Könnte hier auf den Bänken was fliegen. Lalalala. So, und die Bänke sind so groß. Ich fühle mich gerade wie so ein kleiner Zwerg. Also, heiraten können wir dann hier anscheinend auch. Stoff. Seil. Na, super. Okay, jetzt noch nach oben. Jemanden nochmal. Oh, Forschungsbuch. Das hatten wir ja noch gar, gar nicht. Okay, Bücher sind über die Insel verstreut. Hauptsächlich an den Menschen, was? Hauptsächlich an von Menschen handgeschaffenen Orten. Wenn du ein Buch vollständig recherchierst, erhältst du eine Belohnung. Behandle immer deine Werte im Auge, bevor du versuchst, ein Buch zu recherchieren, da dieser Vorgang Zeit in Anspruch nimmt. Du kannst den Rechercheprozess jederzeit unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen. Ach, guck mal einer an. Interessant. Ach, schaut mal, Tatsache. Ist ja interessant. Geht die Energie runter. Sprech das mal ganz kurz ab. Wir machen gleich weiter. Eis. Mit Haar ist voll. Lesen gleich weiter, ne? Na, sag mal. Wir müssen halt ein bisschen gucken hier. Energie und bla bla bla. Ach, Stoff. Kein Gewehr. Nein! So, was sagt denn unser Zustand essenstechnisch? Na ja, geht ja noch, ne? Also Reis und so, haben wir ja auch gesagt, kann ich ja kochen, ne? Wir forschen mal noch ein bisschen, dann müssen wir eigentlich Haia Bubu machen gehen. 100 Prozent. Neue Blaupause verfügbar. Aha. Hier. Einen Unterstand können wir jetzt bauen. Nice. Kann ich jetzt hier weiter recherchieren oder bräuchten neue Buch? Ne, recherchieren. Ah, wenn wir es einmal gemacht haben, dann geht es nicht nochmal. Okay. Interessant. Schwarze Boden gibt es hier. Joa, hatten wir hier einen Herd irgendwie? Ne, ne? Hier nicht. Ne. Gut. Dann würde ich sagen, wir geben wir nochmal ein Haus. Da erfüllen wir unsere Energie ein bisschen auf. Ne? Auch guckt mal. Hier gibt es auch nochmal Kisten. Was ist denn da? Guckt es aus, wenn da was drin ist? Weiß nicht. Da ist nochmal eine Feder. Können wir auch einsacken. Aha, hier sind Gräber. Gräber. Stehen die Toten wieder auf? Nein, Quatsch. Natürlich nicht. So. Okay. Also wir haben mal gelernt, unterspringen du immer nicht. Wisst ihr, was mich das Haus gerade erinnert? Nicht, dass ich das hier unten sehe. Das würde ich jetzt gerne putzen. Oh, Philippa. Ich kann ja nicht schnell laufen. Das geht ja nicht. Unterkühlung. Ja, 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 ja. I know. I know. So. Kür zu. Feuer. Pack mal ein Stück Stoff rein. Das geht ja nicht. Papier ging aber, ne? War hier irgendwo Papier? Nee, Kriaki. Ein Buch. Hatten wir irgendwo ein Buch? Da ist Papier. Schmeißen wir mal den Stoff hier kurz raus. Machen wir das rein. Dann das. Genau. Dann können wir uns mal nicht aufwärmen. Ach so, guck mal, die Unterkühlung mal ganz schnell wieder weg. Habt ihr gesehen? Ganz, ganz, ganz schnell. So, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall was essen. Wir essen mal die Eier hier. So, den Schokoriegel. Können wir noch was brauchen. Oh, da haben wir Minus Durst bekommen. Trinken wir noch was. Gucken wir mal kurz. Wie viel haben wir jetzt? Ah, trinken fast voll. Ah, könnte noch ein bisschen wärmer gebrauchen, ne? Ein bisschen wärmer könnten wir neu brauchen. Feuer haben wir ja. Die müssen ja eh ein bisschen mehr bauen, right? Ach, ich kann das hier nicht mal hinlegen. Hinten hier. Wenn ich's drehe? Auch nicht. Sehr interessant. Also, bis hier könnten wir bauen. Können wir nachher wieder neues Holz sammeln. Aber so sind wir halt gleich am Ofen, ne? Schlafen direkt am Ofen. Ja, ging ja jetzt fix. Und wir haben das Spiel endlich nochmal mit gespeichert. So, was hat er denn jetzt abgenommen? Trinken wieder, ne? Hm. Aha, hier sind wir gerade. Fehlt uns natürlich noch die Karte. Aber eine Karte hatten wir nicht gesehen. Gut, dann räumen wir das hier mal kurz auf. Der ist verdorben. Den können wir... Ah, ich weiß, was ich noch machen wollte, Leute. Ich wollte auch noch mal was austesten. Bevor wir jetzt weiterziehen, mach ich mal hier den Topf nochmal hin. Oh, jetzt ist es getrocknet. Ich muss es ja getrocknet sein. Ist ja nicht verdorben, ne? Ne, es geht nicht. Okay, das wollte ich endlich nur testen. Trinken wir einfach das Wasser nochmal. So. Da haben wir das Wasser nochmal aufgefüllt. Passt. Gut. Schmeiß mal die Dose raus. Ach so. Zack. Gut. Gut. Knut. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Ähm... Ja, hier irgendwo muss unser Schneemobil stehen. Ja, da ist es. So, wenn wir da zurückfahren und den anderen Weg dann nehmen. Oh, seht ihr den Füllstand? Der ist fast leer. Gab es auch keine Tanzstelle, ne? Das werden wir merken. Also sieht man doch in der Mitte, ne? Den Füllstand. Wäre halt cool, wenn man woanders auch noch eine Tanzstelle finden würde. Das muss man auch in Elbner wieder zurückfahren. Ja, und wenn euch irgendwas auffällt, was mir entfällt, weil... es ist halt öfter so, dass man beim Zuschauen viel mehr sieht, als wir direkt beim Spielen. Dann könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben, ne? Ui... Ja, 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 alles gut. Uah... Also das Fahren ist wirklich nicht so einfach. Weil der halt schlittert. Logisch, ne? Schnee. Muss auch immer mal wieder vom Gras runter. Dann gibt's noch Leggi-Leggi. So, noch fährt er ja, ne? Genau, und jetzt fahren wir hier lang. Braucht ein auch noch mal ein Kartenteil. Neh, 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 neh. Okay. Jetzt haben wir wieder einen großen Leck drin gehabt. Und jetzt haben wir einen großen Leck drin gehabt. Ah, okay. Willkommen zu dieser Ortschaft. Oha. Da war ein Wolf. Okay, der läuft da noch. Gott sei Dank. Okay. Der läuft da noch. So, was haben wir hier? Aha, aha, aha. Scheint irgendwie Felder. Dann haben wir hier ein Haus. Dann haben wir da eine Scheune. Ein Auto haben wir. Und ist das eine Tankstelle da hinten? Ah, ich glaube, wir haben da eine Tankstelle. Please, lass es eine Tankstelle sein. Das wäre natürlich richtig, richtig, richtig genial. Ja, es ist eine, aber ich glaube, man kann die nicht benutzen. Oder der zeigt es halt an, weil wir keinen Kanister haben. I don't know. Also, haben wir einen Kanister, aber der ist voll, ne? Moment. So. Ja. Da hatten wir schon wieder ein Telefonat. Also, ich habe hier mal auf die Tür aufgeklickt. Wir brauchen einen Schlüssel. Das heißt, ich nehme mal an, hier liegt wieder irgendwo eine Leiche rum. Also, hoffe ich zumindest. Oder der Schlüssel liegt hier irgendwo rum. I don't know. Wenn wir gleich merken. Hier gibt es wieder was zu trinken. Was zu essen. Stoff. Säcke. Streichhölzer. Aha, aha, aha. Was ist das hier? Bargeld. Ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich Bargeld brauchen. Ich meine, wozu liegt das? I don't know. Nochmal hier Meduzin. Schmerzmittel. Da können wir da oben gehen. Liegt da vielleicht ein Toter? Oh, okay. Nochmal ein größeres Haus. Ah, guck mal hier. Ein Auto. So, anscheinend mal ein Kinderzimmer. Seile. Noch ein Auto. Das ist, eine Mütze, aber nicht besser wie meine. Okay, nochmal Badezimmer. Haben wir Antibiotika. Nicht hier, oder? Nee. Auch nochmal. Seil. Uah. Ups. Einmal in die Tür. So, dann haben wir hier Papier. Stoff. Oh, ein Stück Karte. Leute, wir haben ein Stück Karte gefunden und damit haben wir den Bauernhof aufgedeckt. Sehr schön. So. Hm. Hier nochmal Bargeld. Irgendwann werden wir es wahrscheinlich bereuen, dass ich es nicht mitgenommen habe. Ich weiß es nicht. Da müssen wir halt nochmal alles abrasen, wenn es dann soweit ist. nochmal Bargeld. Schon auffällig, dass es hier gerade so viel ist, aber wo finden wir jetzt den Schlüssel? Also ich habe noch keinen gesehen hier. Hier ist nichts weiter, ne? Hm. Das haben wir sowas auch mal an Leichen gefunden. An Leichen gefunden? Komm ich hier nicht mehr runter. Okay, hier hatten wir alles durchsucht, ne? Stand nichts. Auch nicht auf dem Tisch oder so. Dann müssen wir mal die Gegend hier nochmal abgucken. War hier noch ein Haus? Das ist die Scheune. Zunächst weiter. Peter? Nö? Hä? Nee? Sehr komisch. War schon noch ein Auto-Bugt? Ah, ich stelle mir auch zu trinken. War noch ein Handschuh? Hm. Hier ist doch nichts weiter. Hier hinten waren wir auch schon. Hinten waren die Schlüssel vielleicht hier gar nicht. Sehr eigenartig. Ja, und der Schlüssel kommt aber nicht weit, ne? Hier liegt auch nichts. Also ich sehe auch, wenn die Leiche rumliegt oder so. Hier außen ist auch nichts. Hm. Waren wir wirklich im ganzen Haus durch schon, ne? Tja, vielleicht ist das schon irgendwo anders. Keine Ahnung. Da hinten ein Wolf, Wildschwein. Also Tiere werden hier schon ein bisschen gefährlicher, ne? Nee, hier ist nix. Hey. Ja, finde ich. Es ist halt wirklich komplett irgendwie woanders. Ich war jetzt auch relativ schnell durchgegangen. Ich habe gesagt, der kann ja auch mal irgendwo liegen oder so, ne? Aber das Möbel bergen, da kommen wir ja eh nicht an die Säcke ran. Ich habe hier irgendwas übersehen. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Das ist noch Papier. Na, Temperatur geht, Essen geht auch noch. Ja, keine Ahnung. Sperrt hier. Nee. Nochmal nach oben gehen. Da liegt ja nix. Ich kann doch mal ganz gut schlafen. Energie auf tanken, wirst du? So. Haben wir das Spiel, bin ich damit auch nochmal gespeichert. Dann würde ich sagen, essen wir hier mal. Wir hatten auch noch getrocknete Früchte, ne? Wo sind denn die? Ach, das hier. Ah ja. Gut. Ja, aber hier liegt auch kein Schlüssel. Papier, alles Mögliche. Rein. Schlüssel. Rein. Über hier nochmal rein. Einfach mal sicherheitshalber nochmal alles durchgucken. Geht nix. Hm. Ja, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass man weiterfahren muss, ne? Ne, Bargeld, ja. Bargeld hatten wir genug gesehen hier. Ich glaube, es wäre mir aufgefallen, wenn hier Schlüssel gelegen hätte. Auch wie, äh, sperrt es hier manchmal ein bisschen. Ja. I don't know. Da ist nix. Gut. Dann. Kann ja auch sein, dass er irgendwie draußen liegt, irgendwo anders oder so. Ja, keine Ahnung. Mich interessiert eigentlich auch noch, ob die Tankstelle hier gehen würde. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ich zeige es mir immer noch leer an vom Füllstand, ne? Ach, ich muss mal nochmal kurz absteigen. So laut das Ding. Ach, ich komme jetzt hier auch nicht wirklich weiter. Doch keine andere Strecke mehr, oder? Sind wir jetzt direkt zum Bauernhof gekommen? Das hier ist, glaube ich, der Fluss. Kann es sein? Ne, das ist ein Fluss. Ist das eine Straße oder nicht? Ne. Das trennt nur die Karten. Aber irgendwo muss ja hier nochmal was sein. Denn, wenn wir jetzt hier nochmal einen anderen Weg gesehen, ne? Mal was gucken. Ne, sag ich hier. Steigern immer ab, weil es zu laut ist, ne? Äh. Ja. Aber es gab keinen anderen Weg mehr. Müssen wir jetzt ja hier irgendwie weiterkommen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt, äh... Wartet mal, als wir hier rüber sind. War hier einmal ein Übergang, ne? Dann war hier irgendwie ein Übergang. Wir sind aber doch durch so einen Berg hier rüber gekommen. Ne, hier sind wir rüber gekommen irgendwo. Von hier aus, oder? Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Jedenfalls wissen wir, es gab halt keinen Weg mehr. Irgendwie müssen wir aber weiterkommen. Oh. Müssen wir hier hin? Warten wir da schon mal? Ja, ach klar, das war die Stadt, ne? Das war die Stadt. Ich hab keine Ahnung. Wir könnten jetzt nochmal probieren, hier irgendwie hinzufahren. Wir sind jetzt von hier gekommen. Dann ging die Straße sozusagen hier hoch. Dann müssten wir eigentlich irgendwie auf der anderen Seite weiterfahren. Sollen wir mal gucken, ob hier vielleicht... Huch. Ob hier irgendwo eine Straße ist, müssen wir mal schauen. Unter Kühlung, echt jetzt? Ja, wenn ich fahre, dann gleich nochmal zurück. Sind wir hier gerade? Nein, ich sehe hier nichts. Keine Straße zumindest nicht. Alter, dieses Schauen hier ist furchtbar. Na gut. Ich würde sagen, ich fahre jetzt nochmal kurz zurück. Wärme ich nochmal kurz auf. Und dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir hier weiterkommen. Denn ich bin der Meinung, so wegetechnisch, was wir gesehen haben, wurde auf jeden Fall schon mal alles abgefahren. Ja, ich habe hier auf jeden Fall noch Papier gesehen. Papier, gib mir Papier, 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 Papier. Ach, hier landet Papier, glaube ich, oder? Hix? Das war ein Hix. Warum haben wir denn hier einen Ofen? Äh, hier ist keiner. Hier auch nicht. Und oben war aber auch keiner, ne? Müssen wir wohl ein Nagerfeuer hinterher bauen. Das war glaube ich, keine Stöcker mehr, right? Das reicht, glaube ich, nicht dafür. Ich end das mal. So. Ein Nagerfeuer, please. Ach, hat gerade so gereicht. Gut. Nein, hier brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Müssen wir uns nur kurz ein bisschen aufwärmen. Ja. Also wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich überlege mir mal was. Wie wir da weiterverfahren können. Aber irgendwie müssen wir weiterkommen. Und wir haben halt diesen Schlüssel nicht gefunden. Ich gucke jetzt mal ganz kurz noch, bevor ich wirklich Schluss mache. Nee, steht nichts weiter. Hm. Ja. Oder wir müssen doch hier irgendwie wieder runter. Weil, seht ihr, hier gibt es so einen roten Strich, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass wir hier irgendwie hin müssen. Na, schauen wir mal. Okay. Ihr lieben Sahneschnittchen, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.